egal wer hier drin ist der ist gleich weg das siehst du willst du nicht erklären dass der raum komplett leer ist bitte lass mich in ruhe mann oder war gerade irgendwas ich wurde einfach in anderen raum reingeschmissen gerade hier oben ist noch alles glöcheln nein da ist nicht mehr alles glöcheln ich gucke schon böse ein anderer stadt hier meine nachtruhe der kriegt mit mir zu tun jetzt machen hier schon sturmklänge weißt du jedes mal so ich muss meinen hund kurz reinlassen wir sehen uns nach einem kleinen cut wieder so da sind wir wieder wo ist jetzt gerade das licht ausgegangen muss ich da rein wenn das auge kommt das war so nach minus punkt aus ja schon mal sie sind da macht nicht schon wieder sturmklopfen er bringt mich richtig auf trap ne ne ich seh dich nicht sorry ich muss echt wenn das auge kommt rein der sack lag da übrigens vorher noch nicht wenn ich das licht nämlich anmach wenn das auge da ist zieht das mir so ein bisschen ab aber wenn ich dann im kreis laufe dann ist das locker auch voll komisch oh gleich kommt doch irgendwas nee ich möchte eine andere wo muss ich jetzt neu anfangen nee oder nee ich möchte Ok, in dem Raum sieht er nichts. Streng dich an, sag mir was du siehst. So, machen wir mal überall easy, zieh sie das Licht an, gucken was siehst du hier, wieder die Abdrücke denke ich mal, ne? Ja. Was siehst du hier? Boah. Hä? Seit wann gibt's denn Raum? Uhhh, nein nicht hoch. Mit der Störung komm ich noch nicht ganz klar. Ich fix hier auch alles worauf ich gehe. Dahinter können wir uns aber verstecken, das ist gut. Oh. Ja komm, lass mich mal in Ruhe bitte. Boah sind Zeit. Oh hier sieht er noch irgendwas. Ah. Aber wenn's die alte da oben ist, oh, jetzt ist die alte auf einmal hier. So. Ah. Oh. Wie ist die noch hier? Oh. Oh. gleich geschafft. Das klingt gut. Wo warst du denn? Wo hast du mich denn erwischt? Er sieht noch was. Noch eine Uhr. Jetzt gucken wir mal, was hier unten ist. Oh nein, jetzt verlieren wir wieder Zeit. Das siehst du hier unten. Ach, das ist dieser Bunkerkeller. Den haben wir, glaube ich, schon mal gesehen. Das ist manchmal echt interessant, was hier so in den Räumen ist. In meinem Schlafzimmer muss immer Licht an sein, sonst fühle ich mich nicht wohl. Bam. Hier möchte ich... Da ist das Auge. Hier ist alles okay. Hä? Wieso lässt das denn? Dann gleich versch... Ey, zum dritten Mal mache ich jetzt die gleiche Tür. Darf ich die jetzt bitte einmal öffnen? Ah, danke. Der Raum sieht auch noch voll leer aus. Ach, hier hat er nichts gesehen, ne? Klar, du redest ja mit mir. Oh. Ein Strick ist jetzt nicht die Art, wie ich das Level beenden wollte. Komm, das Auge muss weg. Ja, ich habe dein Auge weggeboxt. Tut mir leid. Moin. Wir haben es gleich geschafft. Er sieht da jetzt nicht.